Musik Kennst du deine Schwester? Sie ist wunderschön Sag, kennst du deine Schwester? Sie sieht ziemlich gut aus Klar, natürlich sind Passagen da, die sind noch nicht so ganz so sauber und so Ja, ja, es rutscht immer mal oder die Quitscher, aber... Äh... Musik 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 Ja, der war schon geil. Ich brauch mal kurz eine. Ja, ja, ja. Das ist super. Danke, Herr Rösler, abgeliefert. Herr Rösler. Kurz mal eine brauchen. Ja, ja. Du hast Wurst? Ja, ich nehme Wurst hin. Hast du das mit Käse gefüllt oder so? Komm, überleg erst kurz. Hier, hier. Geil. Richtig geil. Schön, endlich mal wieder ein neuer. Endlich mal wieder ein neuer. Endlich mal wieder ein neuer. Nein. So, wo kann ich hier rinkeln? Draußen irgendwo? Da, WC. Am besten raus. Am besten raus. Da draußen ist noch ein Auer. Rechts, rechts von mir, rechts ist dieser Schornstein. Das ist auch super. Hehehe. Du und ich, wir sind so schön. Darum gehen wir nach Haus. Alles hin, gehen wir nur mit auf. Das liegt an der Wiedervereinigung.